Edward, die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wir sind alles keine Regenten. Wir nehmen und geben und leben mit Herz, wo immer wir sind. Nur ein Moment rennt uns vom Größten aller Schätze. Zehntausendmal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Neben jemandem zu kämpfen, der so von Reichtum und Ruhm besessen ist, ist ein hartes Los, Edward. Wenn du deinen jetzigen Weg beiwälzt, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen, Charles Wayne, Ben Hornigold und Ed Patch, Tretet vor! Und wenn ich zurückblicke, so ist mir kein Mann und keine Frau geblieben, für die ich lieber präsentiere. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ich wähle einen neuen Weg. Aber niemals kooperiere ich mit diesem Bastard. Und wenn du siehst, ist es nicht so, dass du siehst, ist es nicht so, dass du siehst, Untertitelung des ZDF, 2020